Die großen Krisen erleben wir immer gemeinsam. Denn wo es ein Wir gilt, sind wir damit nicht allein. Wir arbeiten dort, wo Werte entstehen. Und wir helfen, sie zu bewahren. Wir bedeutet, möglichst jeden Einzelfall im Blick zu haben. Und wir bedeutet auch, sich gemeinsam um Hilfsbedürftige zu kümmern. Wir arbeiten dafür, dass Wissen entsteht. Denn wir gehen den Dingen auf den Grund. Wir sind da, wo der richtige Halt Sicherheit gibt. Und wir sind da, wo er Leben retten kann. Wir kümmern uns darum, dass sich Menschen selbst versorgen können. Und wir helfen dort, wo dies nicht möglich ist. Denn wo es ein Wir gibt, sind wir damit nicht allein. Wir geht nur gemeinsam. Mit allen, die sich im Brand- und Katastrophenschutz engagieren. Und den Arbeitgebern, die das möglich machen. Vielen Dank an die freiwilligen Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz. Und an alle, die Sie unterstützen. Und an alle, die Sie unterstützen. Und an alle, die Sie in Brand- und Katastrophschutz jobs. Und an alle, die Sie in Brand- und Katastrophenschutz waren immer noch. honestly auch von daher. Und an alle, die Sie usar das. Und das haben wir das, steckst und die Schmutz. Und an alle, die Sie tun, dass Sie dazu kommen.